Das Tolle am GKC ist, dass man hier ganz viele Menschen trifft, die man sonst nur auf der Videoscreen trifft oder möglicherweise zu weit weg sind, dass man sie auch ansprechen kann. Hier können wir uns die Hand geben und miteinander tief ins Gespräch kommen. Endlich mal wieder ein Barcamp, endlich wieder mal eine Session Vorstellungsrunde mitzuerleben. Immer wieder eine tolle Erfahrung, raus aus der eigenen Bubble in andere Gefilde zu gehen. Und je weniger Leute ich auf so einem Barcamp kenne, desto interessanter wird es, weil man einfach wieder andere Impulse bekommt und auch mal sein eigenes Thema mit anderen besprechen kann und einfach andere Eindrücke bekommt. Also auf jeden Fall immer zu empfehlen, zu solchen Veranstaltungen zu gehen und daran teilzunehmen. Ich als Präsidentin der GFM bin natürlich absolut daran interessiert, dass wir alle in Diskussion treten, in Austausch treten. Und was gibt es für eine bessere Veranstaltung als das Knowledge Camp? Ich bin total happy. Die Stimmung, die ich einfange, ist unglaublich fokussiert, konzentriert, interessiert an wirklichem Austausch und Wissen. Ja, das Knowledge Camp unterstützen wir als Drei Kubik total gerne, weil wir es schön finden, dass solche Formate existieren, in denen man sich einfach austauschen kann, wo wir in den Dialog kommen. Und wo wir nicht einfach nur nach draußen frontal umgereden, sondern halt wirklich schön interaktives Medium haben, sehr viel Input auch von anderen und deren Erfahrungen bekommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, die wir gerne unterstützen können. Das war wieder ein sehr erfolgreiches Knowledge Camp und wie schon im vergangenen Jahr mit dem Anspruch, komplett hybrid zu sein. Und ja, das ist uns gelungen. Und ja, das ist uns gelungen.